Hallo, in diesem Video geht es darum alles wieder zu befestigen, das heißt zum Beispiel alle Kleinteile, Auspuff, Krümmer, Bremsdrommeln, Räder, Schaltung, Getriebeöl einfüllen, Züge und Verkabelung wieder anbringen. Ja, los geht's hier mit den Getriebe- und Motorlagern. Das hintere ist leider nur sehr schwer zu erreichen. Als nächstes werden Auspuff und Krümmer wieder befestigt. Nein, jedes Mal hau ich mir die Hand da an, wo ich nix seh. So war das doch nicht. Ja, doch, das ist jetzt so beschlossenermaßen so. Die Möglichkeit, hier ranzukommen. Nun folgen Bremsdrommeln und Räder. Als nächstes wird dann die Schalterbremse. Kaltstange wieder eingeführt und auch passend justiert. Oh, ist da schon irgendwas geklemmt? Was nun noch fehlt, sind Anlässe und Lichtmaschinenverkabelung. Ich will nur so wenig wie möglich mit denen. So ständig. Ne, nicht. Ne, nicht, nicht. Schönen wir an. Ne, nicht, nicht. Schönen wir an. Das ist das Kontaktlippus auch erstaunlich. Ich weiß. Ich weiß nicht. Schönen wir an. Scheine. Ach so. Schönen wir an? Ach so. Ach so, ach so. Also hier ist nicht die Schmerz. es folgen Kupplungs, Choke und Gaszug Anfang zum Gewinn, wir finden es immer so, wieder festkriegt so, wieder festkriegt hierzu sehen die Verkabelung der Zündanlage eigentlich sieht man das Zugentlastung ist aus und Fremdflurten so, schwarz grün schwarz, grün nun ist auch die restliche Verkleidung anzubringen wie auch der Luftfilter die Spritleitung bevor dann die Batterie folgt hier nehmen wir halt ne andere erst mal schwarz 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 Okay. Kommen wir auch nicht wirklich dran an die Sache. Kommen wir auch nicht. nach dem herunterlassen wird erst einmal getriebeöl eingefüllt hier ist kurz Während das Getriebeöl sich setzt, ziehe ich die Feder fest, verbinde die Tachowelle und ziehe die Räder ordentlich fest. Bei der Kontrollschraube tritt sofort etwas Öl aus, das heißt die Getriebeölmenge ist ausreichend. Wenn man vor hat die Haube zu schließen, sollte man vorher die Verriegelung in Ordnung bringen. Das war's von diesem Video, weiter geht's im nächsten.